Dieses Beispiel behandelt nun ebenfalls die Schnittgrößen Querkraft als Funktion der Laufvariable x sowie Biegemoment als Funktion der Laufvariable x über den gegebenen Träger. Die Belastung ist hier diese eingezeichnete Streckenlast, welche mit 2Q0 startet und dann linear auf einen Wert von 3Q0 ansteigt. Die Trägerlänge 4L ist natürlich bekannt sowie der Wert Q0 für die Streckenlast. Das Koordinatensystem ist das bereits besprochene übliche Koordinatensystem für Schnittgrößen. Die Ableitung der Querkraft nach der Laufvariable x ist die negative Streckenlast. Das ist eine Differenzialgleichung für die Schnittgrößen. Und die Ableitung des Schnittmomentes als Funktion von x nach x ist die Querkraft. Das ist das Zweite. Die zwei sollte man wissen. Und natürlich gilt die Umkehrung, dass Q von x das negative Integral über die Streckenlast und dx ist und auch für das untere. Koordinatensystem wie gehabt. Auflager wieder ausrechnen. Das bleibt uns auch hier nicht erspart. Das Freikörperbild. A ist wieder ein zweiwärtiges Lager. AZ und AX. Und B ist einwärtig. Loslager. BZ gibt es da nur. Und dann für die Auflager kann man sich natürlich schon eines kleinen Tricks behelfen. Nämlich man kann das da ja aufteilen in eine Rechteckslast und in eine Dreieckslast, die draufgesetzt ist. Dann hat man für beide Resultierende dementsprechend und kann mit den Resultierenden die Auflager berechnen. Die Rechteckslast liefert natürlich bei der halben Länge dann 8Q0L. 4L lang und 2Q0 hoch ist die Fläche von dem Rechteck da. Und das Dreieck, das oben drauf sitzt, liefert 2Q0L. 4Q0L halbe liefert das Ding. Bei 4L ist es lang. Q0 ist die Dreiecksbasishöhe und die Hälfte davon ist dann die Fläche vom Dreieck. Dann muss man noch feststellen, wo sind die Abstände? Wo sitzen die? Das ist bei der halben Länge, das ist 2L. Und die Dreiecksresultierende sitzt bei 8 Drittel L. 2 Drittel von der Spitze, wissen wir, ist der Schwerpunkt. Das ist 8 Drittel. Und das Ganze ist 4L lang. So. Dann haben wir ein gültiges Freikörperbild für das Gesamtsystem und können die Auflagereaktionen berechnen. Was stellt man da fest? Na ja, man stellt wieder fest, AX ist 0. Man stellt fest, minus AZ plus 8Q0L plus 2Q0L minus BZ ist 0. Und wenn man um A dreht, positiv wieder gegen den Uhrzeigersinn, dann haben wir minus 8Q0L mal 2L minus 2Q0L mal 8 Drittel L und plus BZ mal 4L. Das sind unsere drei Gleichungen. Und dann, das da oben war 1, das ist 2, das ist 3. Und dann kann man aus der dritten sofort das BZ berechnen. Alles andere ist da drinnen bekannt. 16Q0L plus 16 Drittel Q0L. Warum nur L? Naja, weil ich durch ein L schon durchdividiert habe. Mal ein Viertel bleibt dann noch vom BZ über. Also man kann ja sofort ein L da rauskürzen, wenn Sie wollen. Deswegen bleibt da noch ein L drinnen. Was auch sinnvoll ist, Streckenlast ist ja eine Kraft pro Länge. Mal Länge ist eine Kraft. Dimensionsmäßig kann man immer schnell schauen, ob das passt. Also ist BZ 16 Drittel Q0L. Aus der Gleichung 1, das haben wir eh schon, kriegt man das AX und aus der Gleichung 2 mit Kenntnis von BZ kriegt man AZ. Das ist gleich hingeschrieben, 14 Drittel Q0L. Ja. Und dann schauen wir die Schnittgrößen an. Und zwar Integral. Und dazu braucht man jetzt aber schon etwas, über das wir glaube ich schon einmal letztes Mal diskutiert haben. Nämlich eine Geradengleichung für die Streckenlast. Die Streckenlast ist auf jeden Fall linear ansteigend hier. Startet bei 2Q0, endet bei 3Q0. Das heißt, man kennt die Länge, man kennt die Differenzhöhe, also kennt man die Steigung. Und man weiß den Offset-Wert sozusagen bei 0, nämlich das 2Q0, das ist in der Geradengleichung unser D. Und die Steigung des K kennt man auch und damit kann man es ja sofort hinschreiben. Und ich schreibe es jetzt hin als Q von Xi, weil wir wollen dann in einem Integral ausrechnen, was für X rauskommt. 2Q0 ist D aus der Geradengleichung und Q0 durch 4L, Höhe Q0 durch Länge 4L ist die Steigung K mal Xi, wo man halt gerade sitzt mit der Laufvariable. Diese interimsmäßige Laufvariable Xi ist nur deswegen, dass wir dann nicht über X integrieren von der Grenze 0 bis X, weil das darf man nicht, wie wir wissen. Xi ist aus dem Bereich 0 bis 4L, also über die Trägerlänge. Wenn man da einen beliebigen Bereich rausschneidet, so, von links, X, dann haben wir hier das AZ, das AX war zwar schon 0, schreiben wir aber trotzdem noch her, und hier 2Q0 für die Streckenlast, dann ist jetzt an der Stelle das Q von Xi. An der Stelle Xi ist gleich X in dem Fall jetzt. Das heißt, das machen wir deswegen, weil wir kennen ja nur die Endhöhen, die Anfangshöhe und die Endhöhe. Und dazwischen muss man sich eben über die Geradengleichung sich selbst überlegen, wie hoch das jetzt jeweils ist bei dem Schnitt, den man da ansetzt. Das ist der Punkt, deswegen muss man das so hinschreiben. Und dann, wenn man hier schneidet, hat man natürlich ganz standardmäßig positives Schnittufer, das Q von X, das N von X und das N von X. Und das geht über den ganzen Träger so durch, wir brauchen nur einen Anschnitt irgendwo da im Träger, weil das ja über den ganzen Träger die gleiche Streckenlast ist. Und dann liefern unsere Integrationsgleichungen, die ich Ihnen da oben gerade hingeschrieben habe, ein Q von X ist gleich irgendein Startwert, Q an der Stelle Null Minus, weil wir wissen, Streckenlast und Querkraft hängen mit einem negativen Vorzeichen miteinander zusammen, das Integral von Null bis X Q von XI ist unsere Geradengleichung über XI integriert. Das ist, wenn man das integriert, die gesamte Querkraft im ganzen Träger als Funktion von X. Und vielleicht als Anmerkung, Sie können natürlich dieses Q von Null da auch weglassen, unbestimmt integrieren und dann am Ende halt eine Randbedingung einsetzen. Das kommt ja aufs Gleiche raus, wie Sie wollen. In dem Fall sieht man, wenn X von links startet, hier, dann ist das Q von Null natürlich AZ. Und sonst setzen Sie eine Konstante ein und mit einer Randbedingung stellen Sie ebenso fest, dass das Q an der Stelle Null AZ sein muss. So, wie integrieren wir? Naja, setzen wir mal ein. Das AZ war 14 Drittel Q0L minus und das Integral Null bis X ist jetzt 2Q0 plus Q0 durch 4L XI über XI integriert 14 Drittel Q0L minus nochmal Klammer 2Q0 XI, wenn Sie die Grenzen erst später einsetzen plus Q0 durch 8L XI Quadrat weil wir XI Quadrat halbe kriegen von der Integration in den Grenzen 0 bis X und wenn Sie die Grenzen einsetzen dann ist das Q von X Q0 14 Drittel L kommt aus dem AZ minus 2X mal Q0 das haben wir vorne rausgezogen minus X Quadrat durch 8L mal Q0 steht wieder vorne draußen. So, und so kann man jede beliebige Streckenlast integrieren. Und das gleiche geht für das Moment das M von X ist 0 bis X wieder natürlich im Prinzip M0 aber dort wissen wir schon von Anfang an da gibt es kein M0 M0 ist 0. Dann machen wir aus dem Q ein Q von XI also ich setze einfach die X durch XI oder sie schreiben halt X tilde oder so die XI also das Integral von 0 bis X Q0 14 Drittel L minus 2XI minus XI Quadrat durch 8L also einfach hier von oben eingesetzt integrieren lassen wir es gleich beieinander alles Q0 14 Drittel L XI minus XI Quadrat 2 halbe bleibt über kürzt sie weg minus XI der Dritten durch 24L von dem 1 Drittel zwischen den Grenzen 0 und X und dann nach Einsetzen der Grenzen hat man das die Funktion für das M von X die nämlich lautet Q0 14 Drittel L X minus X Quadrat minus X der Dritten durch 24L und auch hier wieder Einheiten Check Quadratisch in der Länge mal Q0 ist das Moment und oben bei der Querkraft Linear in der Länge und Q0 ist die Kraft von den Einheiten her durch den Le und die die auch die in den die von